Du willst dein Projekt mit Schrauben verbinden, hast aber keinen Bock auf Metall im Holz? Dann schau jetzt genau hin. Du brauchst einen Gewindeschneider, einen Gewindebohrer und einen Spiralbohrer. Ich nehme hier das Gewindeschneid-Set von Würth und einen Rundstab. Den spannst du in deinen Akkuschrauber ein und schiebst ihn für ein perfektes Gewinde durch den Gewindeschneider. Dann schneidest du den Rundstab etwas oberhalb des Gewindes ab und sägst einen Schlitz in den Kopf. So breit, dass ein Schraubendreher reinpasst. Fertig ist deine Schraube aus Holz. Damit die Schraube anschließend fest im Holz sitzt, musst du noch ein Gewinde vorbohren. Wichtig, nur im unteren zu verschraubenden Teil. Und dann Schraube reinstecken und festdrehen. Hält bombenfest und sieht mega nice aus. Genial, oder? Folgt mir unbedingt für mehr Tipps und Tricks.